packt bei dir auch gerade der karte der der dings wird denn den der pisten hier gleich rechts davon oder ist er bei der normal ich glaube normal was er hat der voll rum ist ja nach mal gucken oder irgendwann mal hochgeladen jetzt ist normal also ich habe ganz viele kopien jetzt abkürzen alle ach so du hast mir gar nicht geschlagen ist genau wie du hast ebenso kurz geschlagen zu mir und auf einmal hat mich gehittet und ich dachte du wirst das aber dann fällt mir ein ende das warst du gar nicht dann man es geht neben mir denken ist so viel gibt es schon trip war ja war ja fencing ist das hier gut aufgebaut lässt kann gut bauen serum kann gut logisch denken mit redstone und halt so elektrischen sachen und ich kann gut unterhalten wir müssen wir müssen auch auf das update warten dass meine öffnung funktioniert aber jetzt können wir erst mal drauf scheißen genau ok wenn wir einfach ölpumpen was ölpumpen normalen pumpen erst mal ja dann lass uns halt so in die richtung machen dass wir jetzt gleich ölpumpen können bin dagegen ich habe gerade karten geholt hey was ist dann so mit drin die kommen durch das loch ich stopp das mal kann jemand vielleicht brunnen bauen der serum bekannt grund wir wollen jetzt ölpumpen annähern kann ich pumpen oben in der mitte will ich die brunnen so pass auf ähm äh ja so baufel mir mal den das hier weg ok beteiliger kommt dann noch weg dann haben wir so eine art anlegestelle dann können wir hier boote reinparken und dann ist das ok hier kommt der trip war ja hin und das macht dann alles automatisch weißt du brauchst ja nur durchfahren naja erst rein geht wieder zu fertig ist das von der anderen seite machen wir es eh nicht ja was ist leider überzeugt oder nicht ich habe ich meine arbeit gemacht ich bin dann weg nicht spaß es gibt nur ein problem wir kommen nicht mehr raus wieso nicht ja langsam ganz ganz langsam kommt man raus ist halt ätzend das mache ich ja noch anders ja dann lass ich jetzt mal in die pipe machen mit will pumpen ja hast du kaktus ja ganz viel ich mach's mal da ich spring da jetzt unten rein und schnitzel mich durch ne wo soll ich da rein machen ne pack sie in den ofen in den ofen in den iron fernens ja ja das ist ein ofen so und jetzt lass den mal machen jetzt bauen wir das heißt wir brauchen glass wie braucht man den mann nehmen mann nehmen glas mann nehmen am besten einmal eine eisen dann 8er pack oder ein 16er pack lord hell what the fuck so iron pippe so dann machen wir stein stein pippes so viel wie geht jetzt noch wurden nicht viel geh mal ein bisschen snipen pfff so und das alles machen wir jetzt waterproof mit dem kaktus green hat das einen emc wert ja perfekt ok dann brauchen wir ja gar nichts verbrennen doch kannst du brennen lassen scheiß mal drauf aber wegen der kohle kohle ist so arschteuer wenn man es verdoppeln will ja da kannst du auch den kaktus verbrennen theoretisch kondensen meine ich es hat nämlich genau den gleichen wert ja kein emc wert alles klarer baue ich davon ganz viel die mein title ist ja auch irgendwie was er mehr inaktiv als was anderes ja ich kann halt nicht alle fünf minuten dahin rennen so alle pipes mal da rein wir brauchen mehr mehr aber wirklich so auf ihr unnötig das war ein paar wer ein paar IP braucht muss nur Bescheid sagen ich helfe dir mal snipen wird so kommt aus sollte ich treffe nicht praktische dass ich treffe nicht wo auch er beglote ein er beginnt haben würde ich sagen das ist alles waterproof ist dann wasserdicht Ne. Popft. Scheiße. Pump! Welche von beiden Lieder? Brauchen wir einen Tank und einen Mining Rail. Dafür brauchen wir jetzt nochmal einen. Boah, das ist so kompliziert, ey. Instant Level 7. Alleine würde ich das hier niemals packen. Deswegen bin ich ja der Boss. Ja. Das ist einfach bestätigt. So, zack, habt ihr hier noch ein bisschen was reingedödelt? Ah, scheiße, alter. Holz. Komm mit mir. Stein. Stein. Eisen. Das nervig. Mining Rail, yes. Was macht das? Sente theoretisch geradeaus nach unten bohren. Mhm. Ich muss erst mal ein ganzes Glas-Stay raus. So, und das hier ist jetzt eine Pumpe. Ähm. Vorhin habe ich Pistens gemacht. Indy. Ach, das sind Sticky's. Mach mal neue. Hier. Du pisst dich. Von Befehl, alter. Mal Holz. Alter, ich mach gleich nen Hammer. Was soll ich machen? Ein Hammer. So. Ach so, ich brauch mal den Obsidian blockiert, ne? Nö. Äh, ja. Ich hab's vorhin probiert, ging aber nicht. Fail. Ging schnell. Mhm. Wer kennt das Börscher ganz raus. Was? Boah. Ich komm nicht vorwärts. Den Arm trifft man so scheiße, ich schwör. Da war mir gar nichts. Da war überall so. So. Ich hab noch keine Pistens gemacht, ich schlaumeier. So. Der Pistoniker. Glas. Holz. Redstone Engines. Vier Stück. So. Wollen wir noch aus Glas am besten irgendwelche Dingens? Gibt's Bescheid. Nö. Tanks. Tanks, wo man das irgendwo rein tanken kann, weißt du? Nö. Mit was für Losern arbeite ich hier eigentlich zusammen. Ziemlich in die Losern. Hehehe. 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 thoseesees module in den hast du genug rohre ich weiß es nicht nur vom 2.000 richtig mit druck das so damit wir dann nichts anknacksen bauen wir so ein ding doch oben rum geht der zirks professionell aus ich bewundere dich das war sogar sehr gut platziert weiter das ist ein strahl raus ist das jetzt schon drin also angeschlossen das wird ja schon pumpen hat durch den dreck natürlich kommt sich so durch den du bist nicht interessant also sprich mit der ich bin nun muss ich leider sagen meine hand ist eingeschlafen ich habe einen job für dich das ist die scheißarbeit man ja wie soll ich das legen am besten kürzesten weg 9 über die bäume ich bin mir gerade egal eigentlich wird in die wolken nur noch rücker ach